Let's gooo zu den nächsten Memes. Andere Playlist? Na ja, wieso? Auf den Text? Hast du schon mal geachtet? Welchen Text? Oh, meinst du im Song? Oh Gott. Oh, ach wegen, äh, ich hasse dieses Lied eigentlich. Also wie hieß denn das nochmal? Jim Beam und Body, glaube ich. Ich hasse den eigentlich. Also der macht mir auch richtig Angst. Ich fühle mich richtig bedroht von dem Song, aber der Remix ist leider, der macht voll Laune. Also ich kriege echt Gänsehaut, wenn der im Club läuft. Dann gehe ich so ab. Spaß. Dann kann ich den Pickup jetzt nicht. Nein, ich vorriege noch. Warum? Das ist ein First Tool. Okay, warte, Vorgeschichte. Ich habe, ähm, den, das Mainboard ausbauen müssen. Und um da am Mainboard nochmal was wegzuschrauben, musste ich an die Schrauben von der unteren Seite dran. Digga, warte, was habe ich da gemacht? Ich habe diesen Pickup da drunter gepackt, als ich den PC dann so hingelegt habe auf die Mainboardseite. Und habe den Pickup, stimmt, weil das war so eine Platte, die man so hochdrücken musste, damit ich an die Schrauben rankomme. Aber es war nur so ein Teil vom Mainboard, was man halt so hochdrücken konnte. Und ich habe dann den Pickup genau an diese Stelle halt gepackt, damit ich das rauflege und sich das dann automatisch so anhebt. Genau, stimmt. Dafür hätte ich den Pickup. Der ist immer noch da, der Pickup übrigens. Der ist irgendwo zu Hause unter dem PC oder so. Das wird der Pickup, das ist real? Ja! So, jemanden da zum Schrauben halten, der nur Panik. Einfach Pickup-Riegel benutzen. So. Der Pickup schmeckt's mal. Der ist nicht geschmolzen. Das Gewicht von aus. Der Pickup. Okay, der ist gut. Warte mal, shit, du warst auch vorhin nicht in den Channel, als du hier den PC zusammengebaut hast. Der Pickup, ey. Warte mal. Los, PC, bitte. Oh, Mann. Okay, das ist echt strong, Digga. Ich muss mir echt mal anschauen, wer... Nico, das ist... Ich brauche ein Taschentuch. Ich heule einfach jetzt schon. Los, PC, der Pickup. Ich nehme einfach halt Pickup und schiebe ihn unter dem PC. Jeder war der Lüfter eingebaut, ey. Wie nur das Lüfter eingebaut, war? Ja, der war ein bisschen schief. Der war... Und das war, was ich gerade verdreht. Ein bisschen schief. Der Pickup und der war los, eingeschaltet auf dem PC. Der war ausgeschaltet. Ich habe den noch ausgemacht. Ey, der war schlag von Andi, an dem ein Buch oder ein Kato zum Halten der Backplate... Backplate, äh, Backplatte? Backplate 2000, random. Haben wir jetzt hier liegen? Pickup dazu. Ich kann nicht mehr zu Ende lesen. Okay. Entschuldige. Wofür ich die Pickup? Ich habe voll Angst, meine Wimpern hier abfalldingen. Oh Gott, ey. Die Mädchen, die stehen da so. Das ist gar nicht so lustig. Reißen wir uns zusammen? Ey, so lustig ist das nicht. Puh. Ey. Okay, muss ich jetzt zusammenreißen? Nö. Puh. Ey. Wisst ihr noch? Wer war das? Ich glaube, Arbeit war das. Als ich diesen Heulkrampf bekommen habe, weil ich einen Agent spielen musste, den ich noch nie gespielt habe und ich schon irgendwie 20 Stunden live war, kurz vorm Uprank war und dann hat er mir den Agent weggepinkt, habe ich auch voll den Nervungszusammenbruch bekommen. Ich habe da gleichzeitig geheult und gelacht. Aber ich habe so irgendwie aus dem Herzen gelacht und genauso lache ich gerade. Es war so das ähnliche Lachgefühl, was ich dabei bekommen habe beim Weinen, weil ich wusste, wie dämlich das gerade ist, wegen sowas zu heulen. Hier habe ich gerade auch im Discord gesagt. Oh, so stimmt. Ihr seid... Oh nein. Wie ist was zu heulen? Wie eine linke Socke. Wie eine mittlere Socke. Es tut mir voll leid irgendwie. Ihr seid so alle... Obwohl, eigentlich sollte ich euch leid tun, dass ich alleine sitze und lache und ihr seid in so einer Gruppe. Okay, die CPU Backplate ist in dem PC. Ach stimmt, so ist das passiert. Die CPU Backplate ist in dem PC gefallen. Wir drücken sie einfach von hinten wieder hoch. Dieser Pickup ist genau die perfekte Größe für diesen Job. Wir legen den Pickup einfach hinten in den PC und schrauben den Kühlkörper fest. Als der PC wieder schon 10 Minuten läuft, halt und hofft, dass der Pickup noch im PC liegt. Nein, 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 nein. Der Pickup war nie im PC. Der war immer unter dem PC. Aber strong. Digga, ich finde auch die Vorlagen so perfekt. Ihr habt wirklich... Ihr braucht eine eigene Meme. Leute, kann bitte, kann bitte irgendeiner von euch, ihr alle zusammen, sollt eine Instagram-Page führen. Da muss alles rein. Ich muss alles gebündelt auf einer Instagram-Seite haben. Wie geil wäre das bitte? Ich mache mir immer mehr Sorgen, je mehr ich von dem Pickup erfahre. Nein, so ist das nicht passiert. Oh nein. We can't have the words in Biografikata-SSD. Oh nein. Oh, das Lied ist so geil, ey. POV vom Pickup. Wie erwartet, endlich wieder rausgepult. Ach so. Deswegen ist das entstanden. Ich meinte, glaube ich, nachdem ich schon den Streamer auch angeschmissen hatte und das mit dem Pickup vollendet war, meinte ich, glaube ich, irgendwann so. Mein Gott, ich glaube, der Pickup ist immer noch hinter dem PC. Aber halt nicht da drunter oder so, sondern einfach da irgendwo. Vielleicht stand der PC doch da drauf. Egal. Wie vom Pickup. Das ist die erste Stattung, Mark. Strong. Alter, richtig gut. Oh, ich liebe dieses Meme mit diesen beiden. Ich benutze. Ich benutze einfach ein Pickup dafür. Du wirst es drinnen vergessen. Aber es wird halten. Er wird schmelzen. Ich werde es rausholen. Ich habe ihn rausgeholt. Kannst du mir jetzt den Feld in sich zu machen? Pickup. Oh Mann. Ich. Der ist auch gut. Ich wähle dem Hardware aus dem... Was? Ich wähle dem Hardware aus einem anderen Zimmer. Perfektes Setup. Seine WC-Hals-Monitor. Woher weißt du das? Die denken, shit, halt Revis. Shit, halt Revis. Ich habe mir die Tage bis jetzt auf zwei Revi geliebt. Die Liebe bedeutet aber schon, dass du es wieder zurückgeben musst. Ich habe es zurückgegeben. Außer die Spachtelmasse, die ist für das Gemälde draufgegangen. Aber er hat es erlaubt. Irgendwie will ich das sehen. Eigentlich mag ich es nicht so gerne, Videos anzuschauen. Jaaaaaa! Socken verkaufen und sich Socken, hä? Socken verkaufen und sich die Ware nennen. Typ, wir Socken von Luke kaufen. Nur, wenn nicht mehr Freunde, Freunde Familie bezahlt, werden wegen Scam gefahren, aber schickt Socken trotzdem. Ich hätte es nicht gemacht. Treue Zuschauer, der Socken kaufen möchte. Womanizer 99. Das ist sogar heute erst. Alter, wie schnell macht ihr denn die Memes? Das war vor einer Stunde. Der ist gut. Die wahre Socke. Er wird Zölinge. Ich habe Socken bekommen. Ich weiß nicht, Mann. Was ist das Ding? Freunde und Familie. Jetzt käme es nicht. Ich schwöre, Mann. Die haben mir alle zu viel Angst gemacht, dass man damit aufpassen soll. Er denkt bestimmt da noch andere Frauen? Wenn ich Socken verkaufe und die Ware nenne. Das ist wie verbotener und grüner an. Nein! Ihr sagt es doch nicht deswegen. Ich sage es, weil es unangenehm ist. Ist das echt schon mal passiert? Nein, 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 nein. Es hat einfach was. Chat, ich verkaufe Socken. Ich verkaufe Waren. Ich verkaufe Waren. Wenn man meine Socken kauft. Die Ware, bitte. Nur meine Socken. Wenn du deine Socken aufschickst. Aber die Socken. Von ihrem Wirt. Einfach Wirt. Dein Warsch. Was ist das? Was ist das? Oh nein, das war's. Oh, schade. Alter, das war strong. Richtig gute Arbeit geleistet.